So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses. Ramses Minus, jetzt muss ich das hier wieder wegdrücken. Und zwar, habe ich gedacht, eigentlich ist das Muttertier gerade da, wir wollten gerade einen Film gucken, ja, Igelei. Aber der hat gesagt, sie will nochmal kurz weg, sie muss nochmal in Taco, sie muss nochmal in die Apotheke, sie muss nochmal in, keine Ahnung, wo, was ich hin, wo auch immer. Und ich habe gerade nebenbei ein bisschen hier GBL gespielt. Ich habe nämlich gerade richtig Spaß gehabt. Und stehe jetzt auf Rang 19 gerade. Und ich habe jetzt auf Rang 19 natürlich schon die Top-Lade-TM bekommen. Das war ja mein Ziel, die Top-Lade-TM zu bekommen. Und was jetzt richtig cool ist, Rang 19 bis 20 ist es, glaube ich, ja wieder egal, ob ihr gewinnt oder verliert. Ihr müsst einfach 5 Kämpfe machen und steigt dann eher auf Rang 20. Wenn ihr aber alle 5 gewinnt, kriegt ihr 5 Pokémon-Belohnungen. Wenn ihr nur 1 gewinnt, halt nur 1 Pokémon-Belohnung. Und das ist ein ganz besonderes Set, diesen Übergang von 19 auf 20 feiere ich mega. Den möchte ich deshalb jetzt mal mit euch hier spielen, den euch mal zeigen. Je nachdem, wann das Muttertier zurückkommt, schaffen wir halt nur 1 Set oder 2 Sets oder 3 Sets. Aber da macht man halt mal eine kleine Folge Ramses Minus, ne. Ramses Minus 0,5. Minus, hä? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte ich mein Team ja nochmal verändern. Ich habe natürlich wieder Toggle-Kiss vorne drin am Start als Best-Buddy auf Level 50. Dialga auf Level 50. Da habe ich Drago-Medeor jetzt gewechselt auf Donner. Obwohl ich Donner so gut wie noch nie angewendet habe. Aber Drago-Medeor eben genauso wenig. Nutze ich eigentlich nie. Komme ich nie dazu, Drago-Medeor zu machen. Also habe ich es jetzt ausgewechselt durch Donner. Und beim Gidatina habe ich statt Unheil, Böen und Spukball dann Drachen, Klaue, Spukball gespielt. Wo ich schon sagen muss, dass ich jetzt gar nicht dazu komme, Drachenklaue einzusetzen. Ich habe eigentlich immer Unheil-Böen gemacht. Statt Spukball, weil das eher fertig war, sollte das ja wechseln und die Drachenklaue mit reinnehmen. Und jetzt habe ich die Drachenklaue und schon kommen die Drachenklaue nicht zum Einsatz. Dafür aber jetzt immer Spukball, weil das eher fertig ist. Also es ist immer zu, ihr gebt Tipps, ihr gebt Ratschläge. Der eine sagt, mach das Moveset. Der nächste sagt, mach das Moveset. Der nächste sagt, löscht deinen Account. Und deswegen muss ich mal gucken. Ich spiele es jetzt einfach so. Diesmal also mit Drachenklaue, Spukball und beim Dialge halt Donner drauf. Obwohl das eigentlich wurscht ist. Das größte Problem, was ich jetzt schon wieder ansehe, ist die Internetverbindung. Denn ich muss einfach übers WLAN spielen. Das ist das Problem. Sonst kann ich meinen Bildschirm nicht verbinden. Aber immer wenn ich übers WLAN spiele, ruckelt das Handy extrem. Gerade wenn ich hier versuche immer die Moves zu machen. Wenn ich mit den mobilen Daten normal spiele, klappt das wunderbar und ich treffe immer einfach fabelhaft. Wenn ich übers WLAN spiele und im WLAN bin, habe ich meistens die Probleme. Warte mal. Komm, wir wechseln auch mal. Wir schilden mal kurz den. Ich brauche den für Felinara, glaube ich. Togekiss brauche ich für Felinara. Also hebe ich mir das auf. Und wechsel jetzt mal auf mein gieriges Tina. Denn der ist ja sowieso sehr effektiv gegen das böse Mewtwo. Also können wir jetzt auch hier rauf. Spukball ist eher fertig. Also wird Spukball auch zuerst eingesetzt. Ich weiß nicht, ob er Spukball hat. Ich lasse den aber jetzt einmal durch. Selbst wenn er Spukball hat. Hat er. Überlebe ich es vielleicht. Ich überlebe es und kann meinen eigenen Spukball anbringen. Muss ich jetzt so. Ja, Ramses, was machst du denn? Jetzt weißt du, er hat beide Attacken. Aber ich finde auf jeden Fall, ohne WLAN ist das viel besser zu spielen. Da kannst du einfach alles viel flüssiger machen mit WLAN. Ruckelt das meistens, hängt sich halb auf und ist total komisch. Und das Zeichen, dass er es jetzt ewig braucht, das ist auch ein gutes Zeichen. Vielleicht ist der Gegner nämlich jetzt wieder rausgeflogen. Und ich bin ganz alleine und kann gegen mich selbst spielen. Und habe damit schon flüssig gewonnen. Oh, jetzt kommt einer und schreibt hier was von Unite rein. Und wie sieht es aus? Es nimmt keine Energie mehr ab bei mir. Yeah, erstes Match gewonnen. Ich bin der Beste. So muss das aussehen. Das heißt, ich kann jetzt gemütlich einfach da drauf. Eine Pokémon-Belohnung haben wir auf jeden Fall schon mal sicher. Das ist sehr schön. Er schildet jetzt auch nicht mehr. Äh, wir können jetzt einfach hier Moves machen. Mal gucken, was er als drittes Pokémon drin hat. Und, 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 und. Es ist ein Metagross. Da nehmen wir natürlich auch einen Spukball. Du drückst, der ist voll, der Spukball. Du drückst 50 Mal drauf. Und beim 51 Mal reagiert er es und setzt den auch ein. Warum hat er denn jetzt geschildert? Ich denke, der ist nicht mehr da. Das ist der Beweis. Der Gegner ist da. Und es ist eine Schlacht bis zum bitteren Ende. Der Kampf ums Überleben. Aber der Spukball hat ihn einfach weggefetzt. Also ist nicht so, dass ich sowieso gewonnen hätte. Ich muss auch was dafür tun, ja. Sieht man jetzt wieder ganz deutlich. Irgendjemand hat gerade geschrieben, ja, bei Pokémon Unite geht es darum, Items und so weiter. Pokémon Unite, kurz als Thema reingeschnitten. Thomas sagt auch immer, guck mal, leg ein Item an. Ist besser so. Und dann, selbst wenn ich ein Item anlege und einen Trank anlege, mit, dass ich mehr Angriff habe und Spezialattacke irgendwas. Ich weiß nicht mal, wie man ein Item überhaupt einsetzt. Ich habe das halt so angelegt, aber ich nutze das nie. Pokémon Unite, also ganz andere Schiene. Ganz anderes, ne. Wenn ihr Unite-Spieler seid, könnt ihr es ja mal reinschreiben. Ich habe gerade überlegt, als Wama weg ist, ob ich kurz einen Unite-Stream eröffne. Oder ob ich halt Ramses Minus aufnehme. Aber ich habe mich dazu entschieden, Ramses Minus fix aufzunehmen. Togekiss gegen Kyoko. Der wird sicherlich Surfer spielen. Das wird mir voll reinhauen, aber mich nicht umbringen. Und mit Togekiss mache ich trotzdem eigentlich auch beim Kyoko gut Schaden. Kann ihm vielleicht auch ein Schild abnehmen. Oder zumindest ihn jetzt töten. Also besiegen. Er ist ja nicht tot. Er liegt ja nur in der Ecke. Es dauert aber schon wieder ewig, bis der seine Moves einsetzt. Ich falle natürlich jetzt eher um. Das ist okay. Weil er noch ein Schild hat, würde ich jetzt Giratina reinholen. Weil Giratina einfach besser ist, um Schilde rauszulocken. Auch wenn Spukball jetzt natürlich länger braucht zum Aufladen als Unheilböen. Aber Unheilböen darf ich ja nicht mehr spielen. Das ist ja verboten. Der eine sagt, mach Unheilböen weg. Mach Sch... Aha, das ist Kacke. Ne, warte mal. Dann lass uns halt die zwei Diager gegeneinander kämpfen. So. Ist wenigstens Drache gegen Drache irgendwas. Äh... Ist das schon ein Drago Meteor? Ich weiß es nicht. Aber ich habe eh noch zwei Schilde. Eisenschädel. Ja, hätte ich theoretisch durchlassen können. Aber ich brauche eh einen kleinen WP-Vorteil ihm gegenüber, ja. Ist mir jetzt zu unsicher. Jetzt weiß ich ja, meiner ist voll. Okay, seiner kann auch gleich wieder voll sein. Er wird jetzt schilden. Theoretisch könnte ich auch nochmal schilden. Vielleicht schaffe ich es ja mit meinen Quick Moves ihn runter zu ziehen. Ich schilde und nehme meinen Move einfach mit. Muss ich jetzt. Kenne ich es ein anderes Pokémon? Kenne ich es nicht? Ich weiß es nicht. Oh, Ramses ist voll siegesicher. Richtig brutal hier. Guckt euch das an. Der ist jetzt tot. Was war jetzt hinten drin noch für ein Pokémon? Giratina. Äh... Ja, zu spät. Hätte ich vielleicht mal Donner ausprobieren können. Aber der Eisenschädel ist da. Giratina ist da. Das heißt, es wird gleich Giratina gegen Giratina geben. Ich greife immer noch mit Drache an. Und wenn er so weiter geht, kommt mein Giratina gar nicht mehr zum Einsatz. Gut, jetzt bin ich weg. Kommen wir mit dem Giratina rein. Und das ist ja sehr effektiv gegen Seins und es auch gegen meins. Und er spielt auch Unheilbögen. Er ist so schlau wie ich davor. Und wir lassen den nicht einfach sterben. Wir fegen ihn mit einem Spukball aus der Arena. Guckt ihr das an. Der kriegt noch einen Spukball hinterher. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass der raus ist. Zweites Match. Zweiter Sieg. Das sieht gut aus. Auch, dass ich grün bin. Das sieht auch gut aus. Ah, ich drehe total durch. Es ist übrigens gerade Montag, wo ich das Video aufnehme. Montag um 15.41 Uhr. Und ich glaube, wenn das ein gutes Match wird, wenn das eine Fünfer-Siegeserie werden würde, würde ich das Video wahrscheinlich als Einzelnes einfach so hochladen. Und dann nennen Ramses Minus. Das ist ein perfektes Video. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Aber das mit dem Drachenpuls. Ich komme eigentlich nicht dazu, Drachenpuls einzusetzen. Wenn ich jetzt Unheilböden drin hätte als Move, würde ich damit immer versuchen, die Schilde rauszulocken oder eben Schaden zu machen. Aber habe ich ja nicht. So, was machen wir jetzt hier? Wir könnten jetzt... Er ist nicht so stark. Er hat gerade mal 4.000. Wir machen gut Schaden. Wechselt er, lässt er den drin. Ich weiß es nicht. Eisenschädel... Doch, ich glaube, Eisenschädel ist brutal. Den müssen wir mal abschilden. Ihr guckt... Boom! Es wäre rot gewesen. Wir könnten ihn natürlich jetzt mit Flammenwurf ausnocken, aber er wird sicherlich schilden. Und wenn nicht, würde wahrscheinlich auch Aeroas reichen, weil er gar nicht mehr so viel Energie hat. Dass ich mal mit einem Toggekiss hier das Dialga kaputt mache, das hätte ich nicht erwartet. Er ist auch raus. Sein starkes Dialga ist weg. Was schiebt er uns hinterher? Kyogre? Gut, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich mache eigentlich alles mit... Mit Toggekiss, wie man sieht. Deswegen würde ich auch... Obwohl, ist das schlau? Ist das nicht schlau? Eigentlich ist es nicht schlau. Aber ich mache es trotzdem. Ich verschwende mein zweites Schild. Und Toggekiss hat dann fast zwei Viecher besiegt und ich habe noch zwei da, aber die können doch schilden. Obwohl Giratina jetzt auch wieder länger braucht. Giratina braucht er jetzt auch länger, um seinen Move voll zu machen. Das heißt, ich wechsle mal ganz kurz, dass sein Move, den er macht, vielleicht aufs Giratina geht. Er wechselt aber auch jetzt auf Toggekiss. Okay. Er hat noch einen Toggekiss. Er hat noch einen Toggekiss. Jetzt geht es natürlich darum, schnell Moves zu machen. Schilden kann ich nicht mehr. Der hat reingehauen. Er hat... Hä? Ein Schild ist schon weg? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Komm, mach noch einen Spukball. Mach noch einen Spukball, genau. Hä? Wie lange braucht er denn, um sein Zeug aufzuladen? Das heißt, entweder ist er jetzt tot oder sein zweites Schild ist weg, was mir natürlich auch zugutekommt. Sein zweites Schild ist weg. Und den Rest würde ich versuchen mit meinem Toggekiss. Na gut, dann hau halt drauf. Hau drauf. Dann ist dein Move wenigstens erstmal weg. Und ich habe noch das Dialga. Du hast nicht mehr so viel Energie. Das Dialga wird doch sicherlich jetzt das bisschen Energie, was das Toggekiss hat, runterreißen können. Drück, drück. Und er ist weg. Und was bleibt übrig? Es kommt ein mit Wasser Kiyogre. Original, jetzt ein Elektromove auf das Kiyogre. Surfer dürfte nicht so stark sein. Komm, mach Donner aufs Kiyogre. Kommt es noch dazu? Und schon kommt sogar Donner zum Einsatz. Das erste Mal heute in dem Video, dass wir Donner sehen, gegen ein Kiyogre, gegen einen Wasserangriff, wo ich schon komplett vergessen hatte, dass er überhaupt Kiyogre drin hatte. Oh mein Gott! Kiyogre, raus damit. Drei Matches. Drei Siege. Noch zwei Stück, dann kriegen wir alle fünf Pokémon-Belohnungen. Ich habe immer noch keine Drachenklaue benutzt, oder? Oder Drachenpuls, oder Drachenklaue, oder Drachen irgendwas. Ich hätte Unheilböen drin lassen sollen. Mach Unheilböen raus, benutzt du eh nie. Obwohl ich Spukball nie benutzt habe, weil ich immer Unheilböen benutzt habe. Ich kann die Aussage nicht nachvollziehen. So, Togekiss, Knackrak, okay. Ich mache gut Schaden. Ich denke mal, er wird gleich rauswechseln. Er wechselt raus, auf auch Togekiss, und das heißt für mich, komischerweise, dass ich Togekiss trotzdem immer noch drin lasse, denn meins ist höher als seins, dürfte sein Move-Air voll haben, dürfte seins trotzdem besiegen. Und wenn er dann seinen Knackrak zurückbringt, kriegt er von mir nochmal ordentlich was hinterhergeschmissen. Irgendwie ruckelt es heute auch gar nicht so extrem. Ja, da können wir auch mal ein Schild nehmen, ja. Das ist wichtig, dass er zuerst das Schild nimmt. Und wenn wir dann auch ein Schild nehmen, haben wir immer noch Gleichstand gefühlt, und keiner fühlt sich benachteiligt. Der ist weg. Hol das Knackrak zurück. Krieg noch einen Quick Move ab, krieg vielleicht sogar noch einen Aero Ass ab. Oh nein, jetzt, Metacross, das ist sehr gut. Jetzt kann ich nämlich mit meinem Giratina reinkommen. Und da werde ich es sicherlich schaffen, beziehungsweise muss ich zweimal einen Spukball machen. Sternhieb kann er vielleicht, dürfte jetzt nicht so krass sein. Gut, die Hälfte vielleicht bei mir in den gelben Bereich. Gut, mehr als die Hälfte. Aber egal, denn wenn wir jetzt den Spukball machen, er den abwehrt, und wir es nochmal schaffen, den zu füllen, ist er auch tot. Er wehrt ihn nicht mal ab, er ist direkt tot. Und hat jetzt wieder seinen Knackrak am Start. Und jetzt wäre vielleicht der Moment, wo wir auf unser Dialga wechseln, damit wir eben mit Drachenmoves angreifen. Ich gehe mal davon aus, er kann eh nur Bodenmoves, lasst den ersten also mal durch. Erdkräfte, haut rein, aber wir haben immer noch Drachenmoves am Start. Sind zwar jetzt weg. Nein! Was ist das denn? Ich hätte einfach schilden sollen und ihn dann mit den restlichen Quickmoves niedermachen. Komplett verschätzt. Jetzt dachte ich, okay, den machst du noch und dann holst du dir den nächsten und dann machst du mit dem Giratino den Rest. Aber das hatte so wenig. Ich habe doch gar nicht drauf geachtet. Klar, er hat eine Drachen-Soforder-Tackel. Ist effektiv gegen mich. Ich natürlich nicht gegen ihn. Ich kämpfe ja mit Geist. Hätte ich so drin lassen sollen und meinen Drachen-Move voll machen. Aber bis dahin wäre ich auch schon tot. Also der Wechsel auf die Jager war ja nicht das Problem, sage ich mal. Das Problem war, dass ich nicht geschildet habe und er einfach mehr abgezogen hat, als ich gedacht habe. Hier lassen wir auch mal Psycho-Stoß durch. Ich denke mal, er wird Psycho-Stoß haben. Dann habe ich zwar wieder nur noch wenig Energie, aber er macht mir mit seinem normalen Move, mit seinem Quick-Move nicht so viel Schaden. Hey, jetzt muss ich doch ein Schild einsetzen. Jetzt schon an der Stelle. Ich will nur wenigstens einmal der Eroass durchbringen. Ne, er wechselt auf Stahlobor. Jetzt wechselt er und jetzt hat er natürlich keinen, jetzt braucht er eigentlich gar nicht mehr Schilden, jetzt ist es eigentlich wurscht. Jetzt hätte ich das mir lieber aufgehoben. Er schildet doch. Dann gehen wir jetzt auf das Giratina, weil der hat ja wieder Stahlanteile, aber auch Bodenanteile. Er macht wieder einen Move. Ich weiß gerade nicht, was er macht. Erdbeben. Schlagbohrer. Okay, gut, er hat immer Schlagbohrer am Start. So, Spukball. Ihr seht, wieder keine Drachenklaue. in allen Matches bisher keine Drachenklaue herausgeholt. Wir haben weniger Energie. Er hat kein Schild mehr. Wir können auch mal ein Schild nehmen, aber ich glaube, er hat seinen Schlagbohrer wahrscheinlich nochmal voll, bevor wir den Spukball haben, oder? Das schaffen wir da. Wie viel sind wir denn? Wir sind gerade mal bei einem Viertel. Eins, zwei, drei, komm, bitte, 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 Spukball. Ja, dann war es das fast. Und jetzt war es das aber. Wir sind raus. Er holt die Jäger rein. Genau, jetzt können die zwei machen, was sie wollen. Ey, die haben beide 4565. Es geht also theoretisch wirklich nur darum, wer zuerst seinen Move machen kann. Und ich habe weniger Energie, als er. Er hat mehr Energie als ich. Warum ist das so? Ist meine Verbindung wieder so schlecht, dass nichts durchkommt? Wir haben beide dieselben Werte. Wir müssten auch beide auch auf dem selben, auf dem gleichen Level sein gerade. Kann ich nicht nachvollziehen. Jetzt hat man deutlich gesehen, jetzt hat es wieder gehangen. Jetzt hat es rumgekruschelt. Jetzt kommt das Togekiss. Macht einen Rest. Er hat noch zwei Pokémon übrig. Ich habe nur noch Togekiss am Start. Ja, das Mewtwo doch auch immer noch, oder? Stallobohr auch noch am Start. Ah, Schlagbohrer, raus. Es hat so gut angefangen. Eins, zwei, drei und jetzt verlierst du zwei direkt nacheinander. Und Schuld ist nur, dass die Jager in der Runde davor, das hat mich so gemobbt, da hatte ich keine Lust mehr dann und deswegen war ich jetzt nicht mehr konzentriert. Nein, ich muss sagen, im Gegensatz zu sonst, mache ich mich doch schon besser. Beziehungsweise gut, wenn der Gegner schlechte Pokémon hat, gewinne ich. Und wenn der Gegner einigermaßen auch irgendwas hat, dann verliere ich halt wieder. Es hat also immer noch nichts mit Können zu tun, nur mit Glück. Da einfach fabelhaft das Geronimatz noch mitgenommen. Wer Monder gesehen hat, habe ich auch ein Video hochgeladen. Da gab es Shiny Geronimatz aus der GBL-Belohnung. Was ich auch richtig genial fand. Hat mich sehr überrascht. Hätte ich auch gar nicht mit gerechnet, direkt aus der GBL mal ein Shiny zu bekommen, obwohl ich, glaube ich, einmal ein Taubboss Shiny aus der GBL bekommen habe. So, Zurokeks hinterher. Nicht Shiny, kann ja auch nicht Shiny sein. Nehmen wir hier auch mit. Das hätte auch noch mal einfach fabelhaft sein können. Das wäre richtig cool. Vielleicht machen wir nur ein kleines Video hier. Gucken wir uns mal an. Und der Aufstieg müsste eigentlich da sein auf Level 20. Und dann geht das Video 20 Minuten und dann müsste das passen. So, der hat, das ist ein 96er. Okay. Entweder musst du richtig Gute sammeln mit 100% oder richtig Schlechte mit 0 Angriff. Dann wäre es fett. Molly Morba nehmen wir auch wieder gelbe Beere. Eins, zwei, drei. Der war richtig mies. Ihr seht, es fängt gut an mit einfach fabelhaft. Dann fängt es an mit Buddy, Kopfschuss und dann endet es mit irgendwo in die Wildnis geworfen. So ungefähr waren die Kämpfe gerade. So war auch das Wurfverhalten eben. Das spiegelt sich darin. Wieder auch ein 96er. Diesmal aber mit 15 Angriff. So, gab es auch Staub. Staub. Level 20, also Rang 20. Bewertung ist am Start. Ab jetzt ist es genau das, was ich hasse, Bewertungen. Denn ab jetzt, ihr wisst, ist alles verkackt und es ging gar nichts mehr. Aber komm. Wir hauen mal noch eine Runde dran. Wir haben ja die Mehrzahl gewonnen. Das Muttertier ist auch noch nicht zurück. Die Tür ist noch zu. Es ist noch keiner da. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir... Wir werden noch ein Fünfer-Set spielen. Kitsuna ist am Start. Na, dann will ich jetzt mal schauen. Ich muss mich ja nur konzentrieren. Ich habe vorhin auch, als ich gespielt habe, hier steht da Crowdon eingewechselt und plötzlich steht Dialga da. Wie geht das? Hat er seinen Wechsel jetzt also schon verbraucht? Oder hat er den nicht verbraucht? Ich check das nicht, Mann. Eisenschädel. Ja, genau das ist eigentlich der Grund, wieso ich abwehren müsste. Und er müsste jetzt eigentlich auch abwehren, weil ich nämlich jetzt den Flammenwurf mache. Das erste Mal heute, dass ich den Flammenwurf einsetze. und er wehrt auch ab. Dann wechsle ich jetzt mal hier auf den Günder kurz. Ich möchte, dass Togelkiss nämlich noch ein bisschen mitnehmen. Aber was soll mir der Anfang denn sagen? Dass er Crowdon eigentlich drin hatte, aber hat sofort gewechselt auf Dialga. Oder war das ein Anzeigefehler? Wie kann man so schnell wechseln? Wie funktioniert das? Jetzt ist Crowdon drin. Ja, und jetzt ist Crowdon natürlich gut gegen mich. Ist ja ein Boden-Pokémon und ich kann nicht mehr wechseln. Und er hat noch seine Schilder übrig. Also er hat noch eins übrig zumindest. Einfach farbehaft. Ja, können wir mal draufhauen. Hat er aber so viel Schiss gehabt, wenn ich Togelkiss habe? Hat er Schiss beim Togelkiss? Ich lasse das mal durch, dann bin ich bestimmt weg. Ne, ich habe immer noch was übrig. Hätte ich das abgewehrt, hätte ich das wahrscheinlich sogar gewonnen. Und ich hole nochmal das Togelkiss rein, denn wenn er so viel Schiss hatte gegen das Togelkiss. Macht er jetzt Feuer? Ich lasse es mal durch. Nein, jetzt macht er natürlich Erdbeben. Okay, aber war gar nicht schlimm. Und es ist noch ein Despo da übrig. Wir sind effektiv gegen das Despo da. Okay, das möchte ich jetzt mal sehen. Jetzt haben wir hier Aeroas. Dürfte ein sicheres Match sein. Ich glaube, es ist ja sein letztes Pokémon, oder? Erzmann noch hier, kann noch abwehren, ich kann aber auch noch abwehren. Ich habe noch weniger Energie, ist aber egal. Es dürfte nämlich reichen. Und er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Weil er am Anfang gewechselt hat, ist er weg. Er hätte ja auch einfach nicht wechseln müssen, oder? Crowdon, hätte halt 20 Mal Erdbeben gemacht, hätte ihm nichts gebracht. Feuer, hätte ihm nichts gebracht. Was macht Feuerschlag was mit Toggekiss? Ja, nein. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich kämpfe selten gegen Groudon. Die meisten haben Kyokra. Aber ich glaube, wenn ich Kyokra als Gegner Kyokra als Gegner Toggekiss Beste. Groudon als Gegner Toggekiss Beste. Toggekiss als Gegner Toggekiss Beste. Mewtwo als Gegner Toggekiss Beste. Wenn da Giratina drinsteht, wenn da Dragoran drinsteht, Toggekiss Beste überall. So er wechselt auf Melmetal. Ja, da probieren wir das jetzt halt mal hier mit dem Giratina aus. Der kann ja eigentlich eh nur entweder Elektro oder Gestein. Glaube ich. Steinhagel? Wir müssten ihm halt jetzt mit Spukbällen beikommen. Und er macht halt schon wieder. Aber er ist okay. Er macht nicht so viel Schaden. Er macht nicht so viel Schaden. Mann, dieser Huste regt mich so auf. Jetzt lass einfach mal einen Spukball durch. Ich möchte auch mal was zeigen. Ja. Oh. Da, das war noch einfach fabelhaft. Er lässt es natürlich nicht durch. Aber er kann gleich... Muss ich jetzt schilden? Ich schilde lieber mal. Weil so viel ist das nicht mehr. Vielleicht hat er aber Kraftkoloss am Start. Kann der Kraftkoloss? Wenn ich nämlich jetzt das Giratina reinhole und er haut mich tot, dann war es das für mich. Also jetzt hier Spukball. Und... Er schildet wieder. Ah, er hat immer noch ein Schild gehabt. Und er wechselt auch schon wieder. Hm. Wenn er jetzt schon wieder wechselt, dann lass mich auch noch mal wechseln. Dann nehme ich halt jetzt wieder meinen Toggekiss rein. Du kannst da jetzt nichts mehr machen. Das war jetzt nicht einfach fabelhaft. So, da ist ein bisschen Energie fort. Den Surfer lassen wir mal durch. Oh. Ich muss Flammenwurf aufladen. Äh, Flammen. Flammenwurf, ja. Flammenwurf aufladen. Was ich nicht schaffe. Weil der Flammenwurf so ewig braucht. Aber ich kann ihn mit dem Kükmuff raushauen. Mal weg. Und das nächste, was kommt ganz schnell hier, dann halt noch noch mal Eroass drauf oder so. Mach halt da Eroass. Nein, er macht seine Attacke nochmal. Dieser Gräbel. Guckt euch den an. Wie sein Move einfach nochmal macht. So, und jetzt? Der ist gleich tot. Der ist aber auch gleich tot. Wir nehmen erst mal ihn. Komm. Ja, er wechselt wieder. Die Yalga gegen die Yalga. Genau. So wollten wir das haben. Dann lass mich wenigstens zuerst. Nein, auch er darf diesmal zuerst. Aber er hat weniger Energie. Bei uns sieht es ja noch ganz gut aus. Giratina, weiß ich nicht. Das bringt eigentlich nichts. Donner ist die Hälfte. Ja, setzen wir es halt mal eigentlich. Ich weiß mir gerade kein Bein anzuheften. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Was mache ich da? Bitte, geh weg. Lass mich drüber. Und ich schmiede irgendwelche Moves. Ihr Eisenschädel ist voll. Giratina, weiß ich halt nicht. Der kommt rein und fällt halt dann gleich um. Der ist nicht so. Bam. Er macht halt mehr Bam. Aber, er macht gegnerische Attacke. Ich hoffe, der hat keine Attacke mehr in der Hinterhand. Wenn Giratina jetzt reinkommt, der musst du nur einmal angreifen. Einmal muss Giratina einen Move machen und dann müsste der doch gleich umfallen. Hier, Angriff sinken, Verteidigung sinken. Weg ist er. Giratina gewonnen. Mit so ein bisschen Energie noch übrig. Ist also okay. Nehmen wir so mit. Ganz professionell. Erstmal hier abwischen. Was ist der überhaupt? Da habe ich glaube ich irgendwann mal einen Titel drauf geschrieben. von Ramses Minus für das Video. So. Nächstes Match. Ihr müsst, um Punkte zu kriegen und aufzusteigen sowieso, mehr gewinnen als verlieren. Also in einem Fünfer-Set am besten mal drei Matches gewinnen. Damit die Punktzahl ein bisschen wächst. ich glaube das höchste war Rang 21, was ich hatte. In den normalen Sachen. Als es den Minicab damals gab, war ich zwar auch auf Rang 24 und habe da mein Pikachu bekommen. Damals gab es aber noch keinen Shiny. Diesmal weiß ich, es ist unmöglich für mich, Rang 24 zu werden. also konzentriere ich mich drauf, einfach die Top-Lade-TM zu bekommen. Beziehungsweise, wenn ich auf der 21 dann bin, ist das auch okay. Das kann man noch mitnehmen, aber alles andere danach ist mir einfach zu viel, ist mir zu lang, ist mir zu Kräfte zehrend. Jetzt kommt zwar bald Giratina in die Raids, so könnte ich XL-Bombom sammeln für mein für mein Fliegendes, obwohl ich das mit den Beinen raide, aber ob ich das hochziehe, eigentlich brauche ich das ja für das andere, für das große Fette. So, weil er immer noch alle Schilder hat, würde ich jetzt wohl mit Giratina noch weitermachen, denn du kannst trotzdem mit Giratina gefühlt besser die Schilde rauslocken als jetzt mit Dialga. Spukball wird hier wohl nicht so cool sein, vielleicht, naja, wäre trotzdem ab, okay, wäre halt ab, obwohl, ach, das sieht doch gut aus, wir lassen es einfach. Surfer, hat irgendjemand schon mal gesehen, dass der Gegner einen Kyokra hatte und was anderes als Surfer gemacht hat? Eigentlich kann er doch auch, kann er nicht auch Blizzard, kann er nicht mittlerweile auch irgendeinen Elektromove oder irgendwas oder verwechsel ich das? Der könnte doch auch andere Sachen auf mich machen, also ich rechne eigentlich immer damit, dass irgendwann eine Eisattacke kommt, aber irgendwie hat jeder immer nur Surfer drin. So, jetzt die zwei, da würde ich jetzt aber wieder wechseln, weil der frisst mich sonst auf. Ich habe ja eh ein Schild mehr als er und er gibt auf Er gibt auf einfach. So muss das sein. Er gibt auf, weil er gesehen hat, ich habe noch zwei Schilde, er hat noch eins, er würde da untergehen, ich habe noch Giratina am Start, er wusste, was er noch hat, ich wusste es nicht mehr. Und man, hat er Mewtwo gehabt? Dann war das ja schon sein letztes Pokémon, oder? Ich weiß es nicht. Die Kämpfe gehen so schnell, das ist alles so, so fett und brutal, dass, da musst du nicht, ne? Kannst du auch anders. Vielleicht nenne ich das Video einfach Ramses Minus, Ziel erreicht. Weil Ziel war ja, die Top-Lade-TM zu holen. Wenn ich nicht sagen kann, ein perfektes Video, weil ich habe ja jetzt nicht das Fünfer-Match gewonnen, außer ich gewinne es jetzt. dann könnte ich es nennen, immer trotzdem ein perfektes Video. So, Metagross, da muss ich aber jetzt wechseln auf Giratina und deswegen wechselt er sicherlich jetzt auch und überrascht mich mit. Es hat aber jetzt gedauert, bis er gewechselt hat. Obwohl es jetzt natürlich schlauer gewesen wäre, auf den Drachen-Move zu gehen. Aber er hat eh abgewehrt, also er hat eh geschildert. Geh mal hoch, geh mal auf Drachen-Puls. Er sieht ja jetzt, ich habe... Obwohl, vielleicht ist es auch egal. Warum ist Spukball denn so gut bei Metagross? Wegen Psycho wahrscheinlich, nicht wegen Stahl, oder? Also wäre es, wäre Drache doch besser als... Nö, das sieht gut aus, das lasse ich so. Damit kann ich leben. So, beide haben hier eins. Ich habe jetzt... mein... Mein... Er holt dann eh Metagross rein. Na, dann müssen wir es so, damit ich dann noch wechseln kann. Andersrum hätte es jetzt keinen Sinn. Versuchen, den Rest hier zu machen. Lassen das mal durch, in der Hoffnung, er hat kein Draco-Meteor. Nö. Und wenn er jetzt gleich nämlich sein... Metagross reinholt... Achso, nee, das war ja Schwachsinn. Das wollten wir ja so nicht. Jawohl, sieht doch gut aus. Machen wir das doch so. Lassen es einmal durch. Gehen dann noch Feuer? Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr, Flammenwurf zu machen. Oh oh! Dann war es doch nichts. Gut gemacht, Ramses. Da hast du mal wieder mitgedacht. Machen wir halt jetzt hier Eisenschädel. Ja, ich habe vorhin, habe ich doch extra noch gesagt, wenn der hier Patronenheb oder irgendwas macht, das ist viel zu brutal. Stahl gegen das Toggekiss. Und jetzt... Irgendwie war das gerade nicht mehr da. Irgendwie war das gerade weg. Kurz also das Gehirn raus. Das Gehirn ausgeschalten. Das Gehirn verloren. Das Gehirn ist aus dem Kopf gefallen. Weil es so toll war. Der ist auch jetzt fort. Der müsste ja jetzt... Der hat immer noch alles. Äh, jetzt hat er nur noch eins. Und zwar hat er... Kyogre. Das heißt, wir machen wieder... Oh, wir setzen das zweite Mal... Donner ein. Wenn wir den richtig treffen würden. Einfach fabelhaft. Reicht das? Fast. Kommen noch zwei, drei Quick Moves hinterher. Und er ist weg. Und das trotz wechselhaften Gehirnauswerf, Moves und einfach nur gucken, dass man kurz die Orientierung verliert. Hat das noch gepasst. War das jetzt der dritte? War das der vierte? Ich blick gerade nicht durch. Es könnte vielleicht doch jetzt ein ganzes Fünfer-Set werden. Wenn wir uns zusammenreißen und den letzten noch mitmachen. Meister-Liga. Und wenn das Giratina noch auf Level 50 gepusht wird, von Level 40 auf 50, dann wird die Meister-Liga noch mal so genial für mich sein, dass ich eigentlich gar keinen Grund mehr habe, Super und Hyper zu spielen und mich da abzurackern. Aber ihr wollt ja keine Leistung sehen. Ihr wollt ja nur sehen, wie ich mich dann niedrige und aufrege, wenn ich alles verkacke. Dafür ist das ja gut geeignet. Ach Mann, lass den doch drin einfach. Jetzt gehe ich auf... Na gut. Jetzt wollte ich sagen, jetzt gehe ich auf Drachen-Puls, aber ich habe es schon wieder eingeloggt. Also nimm da wieder den falschen Move. Der kann natürlich jetzt schön austeilen. Das ist super. Er hat ja seinen Drachen-Quick-Move. Lass ich den jetzt einfach wegfallen. Ja, hau den halt weg. Du musst es halt machen, wenn du nicht denkst. Und dann komme ich jetzt aber noch mal mit dem Togekiss rein. Der müsste dich nämlich jetzt weghauen. Drache, Drache, Drache. Was kann er sonst noch? Nix. Lass mal durch. Mhm. Das sieht gut aus. Schmeißen den hier fort. Er ist schon tot, aber man sieht es nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt direkt mal auf Flammenwurf. Er macht eine Attacke. Die müssen wir schilden. Jetzt den Flammenwurf machen. Oder hebe ich mir den auf? Eigentlich muss ich mir den aufheben. Er hat ja noch einen Schild. Also mache ich jetzt der Ero-Ass. Obwohl ich Flammenwurf hätte machen können, in der Hoffnung, dass wir mit den restlichen Schildern, die wir haben, noch auf Flammenwurf kommen. Er wehrt nämlich eh ab. Ah, nochmal Flammenwurf war das nicht. Dann lass halt durch. Lass einfach durch. Ich habe noch ein Schild. Wir probieren es jetzt unter uns. Und ich nehme meine Moves einfach mit. Einmal schilden kann ich ja. Er wechselt. Zerrude. Pflanze? Pflanze Unlicht? Jetzt hat er sein Moves voll gemacht, oder? Schafft er es, mich umzubringen? Eigentlich nicht. Finster Aura. Den Rest nehmen und den Rest gegen ihn verwenden? Beziehungsweise wir schaffen den Rest doch bestimmt beim Gegner und müssen den Gegner abwehren und hauen lieber ihn jetzt so raus. Wir sind doch eigentlich im Vorteil gegenüber dem Metacross gewesen. Also selbst wenn er jetzt kommt und einen Move macht, kann ich den abwehren und müsste den Rest so schaffen. Außer der hat noch einen geladen. Nein, er ist weg. Er ist weg. Er hat es nicht geschafft. Ich habe es geschafft. Was auch hätte anders sein können. Man hätte es bei Zerrude so probieren können, aber wenn der dann noch Move gemacht hätte und ich wäre dann vielleicht weg gewesen. Ich weiß es nicht. Nee, ich habe ja sowieso bei dem... Nee, ich habe ja ihm geschildert. Egal. Ich sage, da blickst du nicht durch. Das ist so verworren alles und es ist geschehen statt ein perfektes Video trotzdem ein perfektes Video. Weil wir gesehen haben, wie man auf Rang 20...